Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ein Expresslegung Ein Expresslegung ist dafür gedacht, dass ihr schnell euren Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Lariana, ich grüße dich. Du liebst einen Mann und er möchte dich sehen, weil er dich auch liebt und du drückst dich davon. Warum? Einer der Gründe ist, weil du etwas zugenommen hast. Wie bekommst du das im Griff? Wenn du mich fragst, ich würde das ihm direkt sagen, mit klaren Worten. Klaren Worten schaffen immer Klarheit. Sonst weißt er nicht, was los ist. Du kannst ihm sagen, du möchtest ihn auch sehen, weil du ihn liebst und du vermisst ihn, aber du traust jetzt gerade nicht, weil du hast etwas zugenommen und du möchtest erst mal abnehmen. Das ist auch süß, dann lächelt er ein bisschen darüber und wenn er sagt, oh das macht nicht aus, ich liebe dich so wie du bist, dann sind das keine Hindernisse. Und ich bin sicher, dass er auch so reagiert. Und jetzt schauen wir mal das konkreter an bei diesem Legung. Die Grundthematik ist, hier in der Mitte zeigt dieses Bild. Diese Zahl 4 bedeutet Struktur, das hat Hand und Fuß. Die Kelchen symbolisieren deinen Gefühlen und seinen Gefühlen. Und da kannst du sicher sein, dass es nicht einseitig ist, sondern ihr liebt euch. Auf diese Basis kannst du vertrauen. Er bietet dieses Treffen an. Schau mal, hier diese einzelnen Kelch. Er möchte dich sehen und du schaust weg. Du traust es nicht zu, mit ihm zum Treffen. Und das heißt, du nimmst deine Chancen, deine Möglichkeiten gerade nicht wahr. Vor du mit ihm triffst und hast noch dieses Gewicht, würde ich mit ihm sprechen. Nur zum Wissen, wie er dann reagiert. Wenn er dann zurückschreibt, das macht mir gar nicht aus, dann kannst du ruhig mit ihm zum Treffen. Das ist immer noch besser, als er trifft und er wundert sich, dass du jetzt ein paar Kilo mehr wiegst. Wobei ich denke, das ist nicht das, was er betonen möchte. Hier handelt es sich um die Liebe und das ist wichtig. Und deine Ausstrahlung, dein Auftreten, das Ganze. Aber du machst deinen Bedenken und aus diesem Grund ist besser vorher mit ihm über dieses Gewicht zum Sprechen. Jetzt schauen wir an deinen Gedanken. Deinen Gedanken zeigt diese drei Karten. In der Mitte bist du hier wie eine Königin und das zeigt deine Weiblichkeit und diesem goldenen Becher deinen Gefühlen. Das symbolisiert die Gefühlen und das, was du bietest. Sie ist eine Königin über die Gefühlen und du liebst ihn und das weißt er auch. Und das, was du bietest. Diese beiden Karten lenken dich nur ab. Das sind deine Ängste. Das sind deine Ängste. Dass er dann von dir verabschiedet. Du hast Verlustangst. Die Schwerden hier symbolisieren die Angstbefreiung, Trennen von Angst. So wie Erzengel Michael trennt mit seinem Lichtschwert die Angst. Solange du Ängste hast von diesem Treffen, das schränkt dich ein. Hier sind die Einschränkungen. Du stoßt in deinen eigenen Grenzen. Du traust gar nicht mit ihm zum Treffen. Und weißt du was? Die Grundangst ist nicht die Gewicht, sondern die Verlustangst. Jemand ist gegangen. Dir fehlt etwas. Und das aktiviert deine Ängste. Du hast so tiefe Angst, ihn auch zu verlieren. Und du möchtest etwas festhalten. Das zeigt auch dieses Bild. Und dieses Festhalten zu wollen an die Liebe oder Zuneigung oder einer bestimmten Person. Dieses Gefühl festhalten wirkt natürlich auf die Ernährung oder gerade, dass du jetzt zugenommen hast. Weil der Körper reagiert auch. Wird festgehalten etwas. Also du nimmst schneller zu. Und die ganze Thematik ist Verlustangst. Du kannst ihn nicht verlieren. Du kannst ihn nicht verlieren. Weil er liebt dich und du liebst ihn aber auch. Und ihr seid seelisch auch miteinander verbunden. Ihr gehört zusammen. Und alles, was zu dir gehört, kannst du gar nicht verlieren. Das ist ein kosmisches Gesetz. Das sollst du vertrauen. Du bist seinen Königin. Und du beherrschst die Wasserelemente. Und das sind die Gefühle. Und so wirkst du auf ihn. Also raus aus diesem Angst. Deinen Gefühlen zeigt hier diese drei Karten. Das habe ich erklärt. Festhalten wollen an etwas. Und so reagiert der Körper. Natürlich nimmt man auch zu. Und hier sind auch verletzte Gefühle Verlustangst. Du sollst diese heiligen Bilder anschauen. Das ist die Struktur der Kabbalah. Und die Kabbalah symbolisiert die Ordnung. Wie die Engel auch geordnet sind. Auch das Weltenbaum, könnte man sagen. Dein Leben ist in Ordnung. Und du hast deine Werte. Er hat auch seine Werte. Diese Beziehung ist auch wertvoll. Und das soll verloren gehen. Das ist wie ein Diebstahl. Und das heißt nicht, dass du ihn verlierst. Sondern diese verletzten Gefühle und Verlustangst geht verloren. Und diese Haltung, etwas festhalten zu wollen, das geht auch verloren. Und wenn du das so betrachtest, diese Karte ist etwas Positives. Das genau, das bringt dir auch Glück. Und wenn all das Verlustangst, Verletztengefühle, etwas festhalten zu wollen, wenn das alles weg ist. Diese Hindernisse. Und du lebst dein Gefühl. Deine Weiblichkeit, dein Gefühl, deine Liebe, deine Begeisterung. Dann bist du befreit. Ich würde sogar sagen, auch karmisch befreit. Dann hast du deine Lernaufgabe auch gleichzeitig bewältigt. Dann bist du Meister über dein Leben. Und das ist Vertrauen. Vertrauen an dir selbst. Vertrauen an ihm. Vertrauen an die Liebe, an Gott. Vertrauen des Fluss des Lebens. Und dieser Diebstahl ist für mich etwas ganz Wundervolles mit diesem Zusammenhang. Weil er nimmt diese ganzen Ängste weg. Wie reagiert er? Was kannst du von ihm erwarten? Das ist pure Feuerelement. Hier ist die Feuerelement. Hier ist die Feuerelement. Hier ist die Feuerelement. Das ist die Begeisterung und die Leidenschaft. Und auch Aktivität. Und das heißt, ihr kommt wieder in Kontakt. Sei mutig. Sag ihm das. Dass du mit ihm treffen möchtest. Aber so mit diesem Gewicht gerade traust du es nicht zu. Weil du weißt nicht, wie er dazu steht. Und das bremst dich ein bisschen. Und bist unsicher. Und dann warte, was er dazu sagt. Also es ist wichtig, hier etwas in Bewegung setzen, miteinander offen reden. Und er hat diese Hoffnung. Und das Schiff hier im Hintergrund zeigt seine Hoffnung und seine Wünsche. Und er wird begeistert sein, mit dir wieder zu treffen. Denn er verspürt auch die Liebe und Leidenschaft. Und er wird auch die Vergangenheit abschließen. Es klärt sich etwas auf. Und hier, dieser Bild gefällt mir ganz gut. Und er geht in eine neue Richtung. Mit dir eine Partnerschaft, mit dir eine Partnerschaft eingehen. Weil das verspricht hier dieses Bild. Das ist eure Liebe. Und das hat Hand und Fuß. Das ist stabil. Das ist ganz stabil. Und diese Schritte wird er tun. Und aktiv in deine Richtung. Das sind seine Hoffnungen und Wünsche. Da ist noch keine dritte Person. Aber er trennt von ihr. Und hier diese Entscheidungen. Ein neuer Weg mit dir gemeinsam. Liebe Lariana, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen. Und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici Ich bedanke mich für dein Anwes SUPER sunshine lieben. Ich befre